Hey Freunde des Weggeschehens, mein Name ist Max und wir sprechen heute mal wieder darüber, was sich in der letzten Woche so alles zugetragen hat, gesellschaftlich, politisch, einfach alles, was relevant ist, um zu verstehen, wie unsere Welt so funktioniert und wie sie sich gerade verändert. Wir sprechen über Grundschüler, über den Papst, über Lieferengpässe, Dürren, Hunger und natürlich am Ende des Videos auch noch über eine gute Nachricht der Woche. Und dann springen wir direkt rein ins erste Thema und da schauen wir auf eine Veröffentlichung einer neuen Studie, die aufzeigt, dass Grundschüler derzeit schlechter lesen und rechnen können als noch von vor ein paar Jahren. Ein Grund hierfür wird aufgezeigt, denn die Studie ist von letztem Jahr direkt nach den Lockdowns im Frühjahr und das erklärt natürlich zum einen, wo diese Unterschiede herkommen, dass Lockdowns und damit Schüler aus den Schulen nehmen und von zu Hause unterrichten eben fatal für deren schulische Leistung ist. Aber der wichtigste Teil dieser Studie ist eigentlich, dass die sozioökonomische Herkunft in dieser Phase eine sehr viel größere Rolle noch gespielt hat, als es das normal schon tut. Und Deutschland ist grundsätzlich ein sehr unfaires Land in der Bildung. Die soziale Herkunft, die soziale Schicht spielt eine sehr, sehr große Rolle dabei, welche schulischen Leistungen man am Ende bringt. Und das ist nochmal schlimmer geworden durch die Lockdowns im letzten Jahr. Und auch das wiederum ist ein Grund, der aufgeführt wird, unter anderem von unserem Gesundheitsminister, eben aber auch von der Expertenkommission, die ja gerade untersucht hat, welche Corona-Maßnahmen wirklich was gebracht haben, zu sagen, Lockdowns nur noch in Ausnahmefällen und Schulschließungen, das ist das Schlimme eigentlich, die im absoluten Ausnahmefall nur noch, denn wir sehen gerade, was für verheerende Folgen das auf die schulischen Leistungen der Kinder, aber eben auch auf ihre psychologische Verfassung hat. Ich hatte angekündigt, dass wir auch über Lieferengpässe sprechen. Warum? Nein, das ist das, was wir gerade alle auch so in unserem alltäglichen Leben mitbekommen. Gerade beim Thema Fahrräder zum Beispiel, aber auch Spielwaren, elektrische Geräte, sind oft viele Dinge einfach nicht verfügbar. Und das liegt an vielen verschiedenen Dingen natürlich, auch immer noch Nachwirkungen von Corona, auch immer noch Nachwirkungen von dem Containerschiff, was im Suezkanal stecken geblieben war. Vor allem aber sehen wir, dass gerade 2% aller Frachten, die auf den Weltmeeren rumtuckern, in der Nordsee sind und darauf warten, in unter anderem Hamburg anzulanden. 4% aller Frachten sind in chinesischen Häfen und werden nicht ein, nicht ausgeladen, unter anderem wegen Corona-Lockdowns. Bis sich das alles stabilisiert, wird es vermutlich noch bis 2023 dauern. Und das kommt auch auf die Corona-Politik Chinas vor allem an. Und auch da sehen wir wieder, wie abhängig wir von China und andersrum sind, wie globalisiert die Welt ist. Und wenn es eben an einer Stelle hakt, dann wird es eben Lieferengpässe in vielen Teilen der Welt geben. Und ein weiteres wichtiges Thema, was uns gerade alle beschäftigt, sind natürlich steigende Energiepreise, die Energiekrise grundsätzlich in Deutschland. Um Gas unter anderem zu sparen, möchte man jetzt Gaskraftwerke vom Netz nehmen, die Strom produzieren und dafür wieder Kohlekraftwerke anschalten. Da gibt es aber große Probleme. Kohlekraftwerke sind in den letzten Jahren ja sukzessive abgeschaltet worden. Und die einfach wieder so anzuschalten, das ist gar nicht so einfach. Zum einen gibt es rechtliche Fragen dabei, natürlich auch organisatorische, logistische, aber vor allem Personalfragen. Denn extrem viel Personal wurde abgebaut und man braucht nun mal spezialisierte Fachkräfte dafür. Und die sind auf die Schnelle nicht einfach so zu bekommen. Das ist etwas, was man auch bedenken sollte, wenn es um das Thema AKWs geht. Von vielerlei Seite wird ja auch gerade nochmal angestoßen, dass man doch die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängern sollte. Da gibt es einfach extrem viele Parameter, die mit reinspielen. Da geht es auch um Personal, auch um Logistik, auch um rechtliche Fragen. Und deswegen ist das alles gerade gar kein einfaches Thema. Und wer behauptet, er könnte mit großer Sicherheit sagen, das ist die richtige Entscheidung, der wird vermutlich nicht alle Fakten offenlegen. Außerdem haben wir in den letzten Jahren immer wieder davon gehört, dass Deutschland so trocken ist wie schon lange nicht mehr. Dass wir eine sehr große Trockenperiode haben, verschiedene Felder nicht mehr bestellbar sind. Und ja, Wasser einfach ein größeres Thema ist. In Deutschland ist das in Politik und Gesellschaft allerdings noch nicht so wirklich angekommen. In Italien spätestens jetzt schon. Denn in Norditalien sehen wir die größte Dürre seit über 70 Jahren. Wasser ist sogar rationiert worden. Über 30 Millionen Euro hat die Regierung in Italien freigemacht als Hilfe für die Regionen. Und zeitgleich ist diese Woche auch noch in einem Journal eine neue Studie erschienen, die zeigt, dass Teile von Portugal, Spanien, Frankreich so trocken sind wie seit über 1000 Jahren nicht mehr. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel konnte noch nicht bewiesen werden, ist aber natürlich wahrscheinlich. Vor allem aber einfach damit, dass wo Menschen wohnen, Wasser gebraucht wird. Und das, wo Menschen wohnen, oft der Grundwasserspiegel sinkt, weil die Menschen mehr Wasser benutzen, als sie eigentlich nachhaltig benutzen dürften. Und da sehen wir jetzt unter anderem Auswirkungen von. Ein ganz anderes Thema, was ich diese Woche noch mit euch besprechen wollte, war eine Aussage des Papstes Franziskus. Diese Woche der Abtreibung mit Auftragsmord verglichen. Und jetzt könnte man sagen, gut, welche große Rolle spielt der Papst schon? Die Kirche und deutsche Gläubige vor allem sind eben nicht mehr so richtig connected. Das Ganze aber in einen größeren Maßstab zu setzen und vor allem auf die USA ein bisschen auch auf Südamerika zu beziehen, weil dort das Wort vom Papst noch sehr viel Gewicht hat, aber mal nur auf die USA bezogen. Dort ist ja eine riesige Abtreibungsdebatte gerade im Gange. Der Supreme Court hat geurteilt, dass es kein Recht auf Abtreibung in den USA per se kein Recht gäbe. Und ja, dort haben christliche Gemeinde eben extrem viel Einfluss. Und da sieht man wieder, welchen negativen Einfluss das auf die Politik haben kann. Warum eben Kirche und Staat strikt getrennt gehört, weil das einfach einen riesen Graben in die US-Bevölkerung, in die Gesellschaft der USA gerade treibt. Und diesen Keil zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen Christen und Nicht-Christen eben immer tiefer reintreibt und einen immer größeren Abstand zwischen beiden Gruppen schafft. Und dann, bevor wir in die Außenpolitik springen, was so auf der Welt passiert ist, noch ein kurzer Blick auf Großbritannien. Sehr, sehr frische News auf jeden Fall für mich. Deswegen kann ich gerade gar nicht so viel dazu sagen. Aber Boris Johnson wird als Vorsitzender der Tories zurücktreten und wird vermutlich dementsprechend auch sein Regierungsamt freigeben. Extrem viele Minister sind in den letzten Tagen und Wochen zurückgetreten, protestieren gegen Boris Johnson, gegen all die Affären, gegen all die Skandale, die er eben protestiert hat. Eine Affäre, ein Skandal war eben dann doch der eine zu viel. Und die Tories wollen eben nicht die nächsten Mal ein Haus hoch verlieren. Dementsprechend wenden sie sich selbst auch gegen ihn, legen ihm den Rücktritt nahe. Und diesen hat er dann auch angenommen. Das heißt, Boris Johnson wird vermutlich Geschichte sein. Und es bleibt jetzt abzuwarten, was als nächstes folgt. Es könnte theoretisch eben ein neuer Regierungschef gewählt werden, direkt von den Tories. Es könnte vermutlich aber auch zu Neuwahlen-Großbritannien kommen. Das ist eigentlich relativ wahrscheinlich von all dem, was ich bisher mitbekommen habe. Da halte ich euch natürlich absolut auf dem Laufenden. Und nächste Woche sprechen wir da auf jeden Fall nochmal drüber. Ja, und was geht eigentlich in Hongkong? Vor einigen Monaten, denke ich nicht, ein, zwei Jahren, gab es ja in Hongkong eine riesige Freiheitsbewegung, Demokratiebewegung, die auf die Straße gegangen ist. Zum Teil waren über 20 Prozent der Hongkonger Bevölkerung auf der Straße und haben protestiert. Kurz zur historischen Einordnung. Vor 25 Jahren wurde Hongkong von Großbritannien als Kolonie wieder China übergeben, mit einer vertraglichen Festsetzung einer Frist von 50 Jahren. In 50 Jahren sollte in Hongkong weiterhin ein eigenes System gelten und erst dann die Eingliederung in die Volksrepublik China erfolgen. Da hat sich China aber einfach nicht dran gehalten. Zum 25. Jubiläum jetzt war sogar Xi Jinping, der Staatschef in China, vor Ort und hat einen neuen Regierungschef in Hongkong eingesetzt, der eben sehr, sehr China-treu ist. Die Demokratiebewegung in Hongkong ist faktisch tot. Ein neues Polizeigesetz vor einigen Monaten hat eben dafür gesorgt, dass jeder, der auf die Straße geht, instant verhaftet werden kann. Und ja, dementsprechend immer mehr Akademiker und Demokratiefreunde verlassen Hongkong und auf kurz über lange wird Hongkong dann doch eingegliedert werden in die Volksrepublik und das wird eben nicht nach diesen vereinbarten 50 Jahren sein, sondern vermutlich schon einiges früher. Und dann müssen wir zum Ende leider auch noch über Hunger sprechen, denn viele Jahre hat man gedacht, Hunger könnte man auf der Welt global grundsätzlich bekämpfen. Eines der Millennium-Ziele, die man 2000 als Weltgemeinschaft festgelegt hat, war den Hunger faktisch auf Null runterzubringen, denn die Möglichkeiten sind da. Die Erde ist zwar endlich in ihren Ressourcen, aber die Möglichkeiten sind da, 10, 12 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn wir alle ein wenig mehr vegetarisch leben würden und das Ganze eben viel besser verteilt wäre, als es das jetzt ist. So ist die Welt aber nicht. Und mit dem Ukraine-Krieg unter anderem sind die Weizenpreise extrem in die Höhe geschossen. Die haben sich jetzt wieder stabilisiert, aber das, was wir an Dürre in Italien, Spanien etc. sehen, das ist natürlich noch mal viel, viel schlimmer in Afrika. Dort sind die meisten Hungernden und das wird progressiv die nächsten Jahre immer schlimmer werden und das sehen wir eben auch jetzt schon. Über 800 Millionen Hungernde gibt es derzeit auf der Welt. Das sind über 40 Millionen mehr als noch im letzten Jahr und die Tendenz wird eben weiter steigen. Sollte sich nicht gravierend etwas ändern, das wird in der Zukunft vermutlich auch dazu führen, dass diese Länder eben instabiler werden, dass es mehr Flüchtlinge, gerade Klimaflüchtlinge eben geben wird, die dort einfach nichts mehr anbauen können, kein Essen mehr haben und dementsprechend sich auf die Flucht machen. Das wird langfristig eben ein sehr großer Punkt, den es zu beachten gilt. Ist natürlich extrem schade, bleibt abzuwarten, wenn sich der Ukraine-Krieg stabilisiert und die Weizenpreise vielleicht doch wieder runtergehen. Klammern, weil die Ukraine und Russland extrem große Weizenexporteure sind. Ob diese Situation wieder besser werden kann, aber langfristig müssen da andere Lösungen gefunden werden. Aber wie immer ist die Welt nicht nur ganz schlecht und wie immer habe ich noch eine gute Nachricht der Woche für euch. Sogar diese Woche zwei Stück. Zum einen ist das erste Halbjahr 2022 bereits rum, das halbe Jahr schon wieder einfach weg. Aber dafür gibt es eine schöne Statistik, denn fast 50% des deutschen Stroms kamen aus erneuerbaren Energien und mit einer grünen Regierung, einer rot-grünen Regierung, wird das Ganze vermutlich in den nächsten Jahren nochmal enorm steigen und wir sind doch auf einem guten Weg, ein CO2-neutrales Land zu werden. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es bräuchten, aber immerhin sind wir da auf einem guten Weg. Der zweite Punkt ist, dass die EU jetzt ein Gesetz umgesetzt hat, was US-Internetkonzerne mehr in die Mangel nimmt. Und das, wo wir das wahrscheinlich am meisten merken werden, ist, dass sich zum Beispiel Messenger-Dienste öffnen müssen. Bisher kann man nur von WhatsApp auf WhatsApp eine Nachricht schicken und so muss man eigentlich WhatsApp verwenden, weil die wenigsten Telegram, Signal etc. verwenden. Jetzt wird man aber in Zukunft, wenn das implementiert ist, auch von Telegram auf WhatsApp eine Nachricht schicken können und es muss nicht jeder bei jeder App angemeldet sein. So werden wir das mitbekommen. Grundsätzlich gilt, der Wettbewerb soll wieder gestärkt werden. Es soll nicht diese Gatekeeper-Unternehmen geben, die einfach bestimmte Funktionen haben und nur diese Unternehmen haben diese Funktionen, sondern es soll aufgebrochen werden, diese Strukturen. Und ich denke, das wird dem Wettbewerb und dem Markt grundsätzlich in Europa, aber in Deutschland eben sehr, sehr gut tun. Freunde, und das war's dann auch schon wieder von den Nachrichten von dieser Woche. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst ein Like da, teilt gern das Video. Falls es euch gefallen hat, Fragen, Anregungen, Kommentare, sonst alles gerne in die Comments und dann wünsche ich euch wie immer noch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.